Hallo und willkommen zu einer deutschen Ausgabe wieder von der Wisdom Factory, thewisdomfactory.net. Das bin ich, Heidi Hörnlein, und wir bringen zu euch Gespräche mit Menschen, die was Interessantes euch anzubieten haben. Und heute geht es um was ganz Besonderes. Ich meine, ihr kennt alle Facebook und LinkedIn und diese ganzen Social Networks. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr damit zufrieden seid. Ich bin es nicht unbedingt, vor allen Dingen, weil es immer wieder so komische Diskussionen gibt. Ja, und dann gibt es Werbung und man soll überredet werden, dass man irgendwas machen soll. Und naja, ich gehe dann also nicht allzu gerne hin. Aber da gibt es was bald. Und das heißt Human Connection. Und das ist das Netzwerk der Zukunft. Und ich spreche heute mit dessen Vertreter, Heidi Grönewald. Und herzlich willkommen. Und bevor wir da ein bisschen mehr drüber sprechen, sag erst mal kurz ein paar Worte über dich. Ja, vielen Dank erst mal, Heidi. Danke für die schönen, einleitenden Worte. Und danke, dass ich auch hier sein darf. Freue ich mich sehr. Ja, wie du gesagt hast, ich bin Heidi Grönewald. Bin gerade 47 Jahre alt geworden am vergangenen Samstag. Geht jetzt langsam auf die 50 zu. Und ich habe eins plus drei Kinder, also ein Kind aus erster Ehe. Und drei Kinder hat meine jetzige Frau mit reingebracht. Wobei Kinder ist da schon fast ein bisschen zu viel gesagt. Die sind schon alle über 18. Mein Sohn ist 13. Und da haben wir so ein bisschen klassisch die Patchwork-Familie, die aber sehr, sehr gut bei uns funktioniert. Da sind wir auch sehr glücklich drüber. Ja, ich habe irgendwann im Jahr 1992 mein Abi gemacht. War danach sogar bei der Bundeswehr, meinen Grundwehrdienst dort abgeleistet. Hatte dort auch noch ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Weltbild. Habe dann danach BWL studiert, auch abgeschlossen in Münster. Und habe dann eigentlich in verschiedenen artigsten Jobs in der freien Wirtschaft gearbeitet. In sehr, sehr großen Konzernen, in ganz kleinen Unternehmen, im Controlling, im Einkauf, im Produktmanagement, im Vertrieb, im Business Analyst-Bereich, Unternehmensberatung. Also sehr, sehr viele Sachen, was ich persönlich ganz gut finde, weil ich mir dann wirklich ein sehr breites Bild, wie denn so Wirtschaft funktioniert, machen konnte. Und natürlich auch sehr, sehr viel mit Menschen zu tun hatte. Gerade jetzt die letzten zehn Jahre vor Human Connection, eben im Vertrieb, da hat man natürlich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Und ich würde mal sagen, so rund um das Jahr 2012, dieses ominöse Jahr 2012, begann dann so tatsächlich mein, ich nenne es wirklich Aufwachprozess. Dass ich, ja, ich kann gar nicht sagen, ob es was ganz Konkretes war, was mich da irgendwie so reingeführt hat. Also da kann ich nichts benennen. Aber irgendwie kamen Informationen zu mir, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja spannend, da muss ich doch mal ein bisschen weiter graben. Und das kennen wahrscheinlich viele, wenn man dann anfängt zu graben. Man kommt eigentlich gar nicht irgendwie einem irgendwas näher, sondern es wird halt immer größer. Dieses Bild, was man da aufgräbt, das wird immer größer und größer. Was aber ganz spannend ist und was ich ganz spannend finde, ist alles, was man entdeckt, passt wieder auch zu dem, was man davor entdeckt hat. Also ich sage es immer, das ist wie so ein großes Puzzle und ich entdecke wieder ein Puzzleteilchen und gucke, ah, guck mal, passt rein. Und mach weiter, nächstes Puzzleteilchen passt auch in das. Also in dieses neue Bild, was entsteht, ich nenne es ruhig ein neues Weltbild, passen diese Puzzleteilchen, auf die man stößt, immer genau rein. Und dadurch ergibt sich natürlich dann so ein wirklich sehr konsistentes und in sich stimmiges Bild, von dem man dann sehr schnell weiß, okay, dann habe ich wohl die letzten 40 Jahre irgendwie das falsch gesehen oder ich habe das einfach nicht gesehen, wie es halt wirklich ist, sondern war eigentlich so einer Illusion aufgesessen. Ja, und das war halt so spannend, dass mich das schon auch als Mensch natürlich komplett verändert hat. Und ich ein ganz anderes Mindset bekommen habe dadurch. Und ich dann gemerkt habe, sehr schnell, diesen Job, den ich da mache, den mache ich nur aus einem Grund, um irgendwie das Geld zu verdienen. Aber da hängt jetzt nicht mein Herz dran. Das ist nicht so, wow, das ist so die Berufung, wo das Wort Beruf ja eigentlich herkommt, sondern es ist halt wirklich ein Job. Ein Job und dann der Deal, ich gebe dir meine Zeit, lieber Arbeitgeber, und du gibst mir am Monatsende das Geld und dann haben wir einen Deal. Und da habe ich halt gemerkt, also ich habe dann zwar auch gutes Geld verdient und habe mit dem Geld versucht, dann irgendwelche Projekte auch zu unterstützen, die mir halt wichtig waren im gemeinnützigen Bereich. Und dann aber irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich gemerkt habe, wenn ich den ganzen Tag etwas tue, wo mein Herz überhaupt gar nicht dahinter steht, ich zwar dann Geld verdiene und mit dem Geld was mache, das ist irgendwie ein schlechter Deal, also für mich auch ein schlechter Deal. Und ich merkte, ich wurde halt immer unglücklicher damit und stand dann irgendwann an so einem Punkt, ich nenne das mal so ein Fast Burnout oder Pre-Burnout, ist jetzt selber von mir kreiert, weiß nicht, ob es sowas medizinisch gibt. Ich habe dann einfach gemerkt, nee, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr meine Zeit in was investieren, wo ich nicht dahinter stehe, sondern die Zeit kann mir nie mit jemandem zurückgeben. Geld kann man irgendwann auch wieder was kriegen oder wie auch immer, aber die Zeit, die ist immer nur einmal da und wenn ich sie da investiere, habe ich sie nicht woanders rein investiert. Ja, und vor allen Dingen ist es nicht das, wofür du brennst in deinem Leben, dass du praktisch an deinem Leben vorbeilebst, wenn du nur fürs Geld irgendwas machst. Das Ideale ist ja, wenn man fürs Geld was machen kann, was wunderbar ist, was genau zu einem passt. Das ist die perfekte Überleitung, weil ich war dann auch schon sozusagen davor auf Human Connection gestoßen, auf dieses Netzwerk der Zukunft, wie du das so schön gesagt hast und habe das halt verfolgt und habe gesagt, wow, das ist ja ein richtig tolles Projekt. Warum das so toll ist, da kommen wir jetzt in ein Gespräch dazu und ja, so ergab sich das, das genau zu der Zeit, wo ich eigentlich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr in diesem alten System arbeiten und da meine Zeit reinstecken, dass sozusagen da die Gespräche kamen mit dem Dennis Hack, der Human Connection gegründet hat und er gesagt hat, Mensch, Hadi, komm in unser Team, wir können so jemanden wie dich hervorragend gebrauchen, du passt da hervorragend rein, komm doch damit rein und dann passt das. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann sozusagen wirklich festangestellt seit Mai 2018 bei Human Connection eben mitarbeite, auch dort schon ganz verschiedene Themen gemacht habe. Spannend ist so in der Rückschau, alles so, was ich in meiner vorherigen beruflichen Laufbahn gelernt habe, kann ich jetzt an der einen oder anderen Stelle halt sehr, sehr gut einbringen und bin jetzt froh, ach guck mal, gut, dass du das damals so gelernt hast. Also ich habe im Controlling zum Beispiel noch was gemacht und konnte jetzt auch viel auch in der ganzen Zahlenwelt, was man ja auch nicht als, wir sind ja ein Unternehmen, eine gemeinnützige GmbH und da geht es natürlich auch um Zahlen und wo geht die Reise hin und Planung und Auswertung und so weiter, dass ich da halt auch nochmal viel Know-how einfach reinstecken konnte, natürlich aber auch in vielen anderen Bereichen. Und ja, so hat mich dann tatsächlich mein Weg eben nach 45 Jahren zur Human Connection geführt und dort bin ich jetzt eben seit ja eineinhalb Jahren in etwa. Ist das nicht toll, dass man so vor sich hin macht und Sachen macht, wo man denkt, naja, eigentlich, und dann plötzlich stellt man fest, oh, was ich da gelernt habe, kann ich ja brauchen, ne? Ja, ja. Wenn du das gleiche Mindset vielleicht mit 20 hast und willst was bewirken, weißt aber noch nicht wirklich was, wie kannst du das tun, ne? Ja, das ist wirklich so ganz schön auch festzustellen, so dass man gesagt hat, guck mal, dass die Zeit, die du da irgendwie verbracht hast, die war jetzt ja auch nicht umsonst oder irgendwas. Die Jobs haben mir auch größtenteils auch irgendwo Spaß gemacht, weil man halt viel mit Menschen zu tun hat und das war immer so ein schöner, positiver Effekt, aber es war halt nichts von der Sache, wo ich mit dem Herz dahinter stand und so konnte ich jetzt sagen, guck mal, jetzt kann ich das, was ich da gelernt habe und wo ich meine Erfahrungen habe, kann ich jetzt in was einbringen, wo ich auch wirklich mit dem Herz komplett dahinter stehe und was sich wirklich wandelt, das ist spannend, diese Vorstellung von Arbeit, dass man vorher sagt, so das ist so mein Job, meine Arbeit und das andere ist halt mein Leben und die Arbeit ist sozusagen da rausgezogen aus dem Leben, weil mein Leben will ich ja nicht diese Arbeit machen, die mache ich nur, um das Geld zu verdienen und jetzt ist es so, Human Connection ist ein Bestandteil meines Lebens, also das ist einfach, das ist alles fließend und ohne Über, also da sind keine Grenzen mehr, sondern das ist einfach, also das Schöne ist, meine Frau ist auch gleich mit dazugekommen ins Team, so dass wir dann auch noch hier zu Hause bei uns sozusagen uns zu zweit auch immer gegenseitig halt ja haben, um über die Themen zu sprechen und so, weil viele vom Team oder die meisten haben halt ihr Homeoffice und sitzen halt für sich alleine und dadurch war noch den Vorteil, dass wir hier sozusagen zu zweit dann an dem tollen Projekt arbeiten können, was natürlich auch noch was Schönes ist und man, ja, man hat eine ganz andere Beziehung jetzt eben zur Arbeit, also es ist nicht mehr so ein rausgelöstes Thema, sondern es einfach gehört mit zu unserem Leben halt dazu. Ja, vielleicht sogar ein Lebensinhalt, nachdem du sagst, dass du es auch mit deiner Partnerin zusammen besprechen kannst, das ist ja ideal, ja, wenn man ko-kreativ dann auch noch sein kann und die Gedanken, die fließen ja dann und das ist ja nicht mehr die acht Stunden Arbeit, da mache ich das und dann der Rest ist abgeschaltet, sondern du bist ständig im Flow, was natürlich auch eine Gefahr ist, dass man dann überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Das sprichst du genau an, also wir müssen manchmal uns gegenseitig sagen, so komm, jetzt reden wir aber mal nicht über Human Connection, sondern gehen wir irgendwann mal essen und dann sitzen wir am Tisch und wir merken plötzlich, Mensch, wir reden jetzt über Human Connection und sagen wir, nein, es gibt ja auch noch was anderes und das ist ja auch wirklich wichtig, also man muss auf, wenn man was mit dem Herzen ganz stark verfolgt, muss man trotzdem natürlich auch immer gucken, was ist mit einem selbst? Man ist selbst als Mensch natürlich immer sogar noch eine Ecke wichtiger, aus meiner Sicht, als das Projekt, für das man arbeitet, sonst ist man eher dann so ein Märtyrer und gibt sich halt selber komplett auf, ist aus meiner Sicht nicht richtig und von daher ist das schon ein interessantes Thema, wo wir halt wirklich dann oft merken oder wir gehen mit unserem Hund eine Gassi-Runde und die ganze Zeit ist Thema nur Human Connection und irgendwann sagen wir, nein, jetzt lass uns doch auch mal was anderes reden. Ja, und es ist auch ganz wichtig, weil wenn du dich dann selber aufopferst und dann davon krank wirst oder sonst was, dann tust du ja nichts mehr für das, was du eigentlich tun willst. Also dann hat es in deinen Kapazitäten ja auch dahin, sagen wir mal. Ja, richtig. Lass uns doch jetzt mal darüber reden. Human Connection, da kann man sich ja was vorstellen, sofern man Englisch kann, die Verbindung von Menschen. Ich habe vorhin in der Einleitung schon gesagt, das über Facebook und so. Kannst du da jetzt so ein bisschen die Idee oder das, was bereits schon entstanden ist, beschreiben? Ja, sehr, sehr gerne. Also auf den ersten Blick könnte man meinen, wir sind sowas ähnliches wie Facebook, halt nur irgendwie im Gut. Und ich sage dann immer, im Endeffekt sind wir komplett anders als Facebook in allem. Wir sind beide ein soziales Netzwerk, wobei Human Connection nicht nur ein soziales Netzwerk ist, sondern auch ein Wissens- und Aktionsnetzwerk. Das ist schon mal eine Komponente, die gibt es bei Facebook im Endeffekt gar nicht. Und ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied ist, Facebook und all diese ganzen anderen Netzwerke, LinkedIn und Instagram und was alles gibt, sind ja alle profitorientiert. Das sind alles kommerzielle Unternehmen, die halt Geld verdienen wollen. Und alles, was sie machen, zielt halt darauf ab, dass möglichst viel Geld verdient wird. Human Connection ist gemeinnützig. Wir sind eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir sind auch als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt. Und das Ziel, was wir haben, ist eben, den Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, dieses Netzwerk an die Hand zu geben, dass sie ihr Wissen dort reinbringen können und Aktionen finden können, was man machen kann, um die Welt zu verbessern. Und eben auch, dass jedes gemeinnützige Projekt, jede gemeinnützige Organisation, jeder gemeinnützige Verein kann ein Profil auf Human Connection haben und wird natürlich dann von den Menschen, die im Netzwerk drin sind, auch gefunden. Wenn Sie jetzt sich für das Thema Straßen und in Rumänien interessieren und sich da irgendwas zu durchlesen, kommen Sie, das kann ich dann später nochmal genauer erklären, über einen einzigen Knopf, den Action Button, kommen Sie zum Beispiel dann auf so eine Organisation und sehen, ach guck mal, da gibt es ja eine Organisation, die macht ja schon was, die sind schon aktiv und tun was, die haben vielleicht ein Projekt, wo so Freiwillige suchen, da kann ich mich anschließen, die brauchen vielleicht ein bisschen Geld, da kann ich vielleicht was hinspenden. Ganz, ganz viele Themen finde ich dort. Das heißt, der ganz große Kern von Human Connection ist, die Menschen sehr gut zu informieren und dann jeder auf seinem Interessensgebiet Aktionsmöglichkeiten zu zeigen. Was kann ich jetzt tun? Ich sehe ein Thema, Bienen sterben, denke, oh Gott, das ist nicht gut, dass schon 75 Prozent der Bienen irgendwie gestorben sind und das ist ja auch existenziell bedrohend eigentlich für die Menschheit und man sagt dann so, ich möchte was tun. So, bisher, was kann man machen? Man kann irgendwie in eine Suchmaschine reingehen und gucken und irgendwie lange rumrecherchieren und findet vielleicht was oder auch nicht oder man hat auch so direkt das Gefühl, naja, ich bin da ja eh ohnmächtig als einzelne Person, was soll ich jetzt schon machen? Ich kann dir nichts ausrichten und bei Human Connection gibt es eben diesen Action Button, bei jedem Beitrag, der da ist, gibt es einen Action Button und die Logik dahinter, die ist sozusagen von uns programmiert. Die Beiträge, die kommen immer von der Community, von den Usern selbst, aber wenn ich jetzt diesen Beitrag lese über das Bienensterben und sage, da will ich was tun, drücke ich den Action Button und sehe dann durch nur einen Mausklick, den ich machen muss, was habe ich für Möglichkeiten, um auf diesem Problemthema was zu bewirken, was Positives. Dann hat zum Beispiel jemand reingepostet, wie er seinen Balkon oder seinen Garten sehr bienenfreundlich anlegt, mit was für Blumen und so weiter wie er das macht und diese Verknüpfung, die machen wir, dass er sagt, da ist der Beitrag, da schreibt jemand dieses Thema, dass es ein Problem ist und wir verknüpfen es mit diesem sogenannten Kenn-Du, also was habe ich mal gemacht und stelle es der Gemeinde zur Verfügung oder ich komme eben auf diese Bienenschutzorganisation oder ich komme auf irgendein Projekt, wo es darum geht, ich sehe irgendeinen Vortrag zu diesem Thema. Also alles Punkte, wo ich halt mit nur einem Mausklick entfernt von dem Problem sofort zu Lösungsmöglichkeiten komme. Dass die Menschen gar nicht erst in diese Lethargie und diese Ohnmacht irgendwie verfallen, oh Gott, schlimmes Thema, die Welt geht unter, ich kann nichts machen, sondern sofort, nein, guck mal, hier hast du eine ganz, ganz lange Liste mit ganz vielen Sachen und dann kann sich jeder was raussuchen, was für ihn gerade gut ist, wenn er sagt, ich habe eigentlich keine Zeit, aber ich sehe, oh, das ist eine Organisation und die tut da was, der spende ich einfach Geld. Das heißt, wir sehen auch einen ganz großen Impact für alles Gemeinnützige, was ja schon da ist. Es gibt ja Tausende von gemeinnützigen Vereinen in Deutschland oder auch weltweit, die was tun. Was ist deren Problem in der Regel? Ich rede jetzt nicht von Greenpeace oder WWF oder sowas, sondern die kleinen Vereine mit 10, 20 Mitgliedern, die machen das alle ehrenamtlich und die haben meist alle wenig Geld. Das heißt, sie leiden alle unter fehlender Sichtbarkeit. Wie nehme ich die wahr? Wie kommen die Menschen darauf, dass es diese Organisation gibt? Und das Schöne ist, die melden sich dann bei Human Connection an, weil alles, was gemeinnützig ist, darf auf Human Connection ein Profil haben, alles Kommerzielle nicht. Können wir auch noch später erläutern. Das heißt, die melden sich einmal an mit ihrem Profil und ihren Themen und egal welcher User irgendwann was postet, was sozusagen in dieses Thema reinfällt, über den Action-Button kommt man wieder zu der Organisation. Das heißt, die Menschen, die sich für das interessieren, werden diese Organisation finden und dadurch erhält natürlich das alles, was schon da ist an Gemeinnutzen, eine viel, viel höhere Sichtbarkeit und dadurch hoffentlich viel mehr Power und Kraft, das tun zu können, weil sich Menschen freiwillig dort melden für ein Projekt, weil sie Geld hinspenden und so weiter. Bedeutet es dann, dass praktisch nur gemeinnützige Menschen oder Menschen, die an gemeinnützigen Organisationen interessiert sind, dort posten oder sind das normale Leute und tun die auch zum Beispiel Zeitungsartikel posten oder müssen sie das selber geschrieben haben oder wie ist das? Gute Frage. Also im Endeffekt, es kann sich erstmal jeder Mensch kann sich auf Human Connection anmelden. Jeder private Mensch darf sich anmelden und dort natürlich nach Meinungsfreiheit alles dort kundtun, was er kundtun möchte. Zu den Regeln kommen wir dann gleich noch und auf der Organisationsunternehmensseite darf sich alles anmelden, was gemeinnützig ist. Ah, okay. Also es darf sich eben kein Coca-Cola, kein Nestlé, kein Shell oder BP oder sonst was anmelden. Also keine kommerziellen Unternehmen. Es gibt auch überhaupt keine Werbung, gar nicht, auch von gemeinnützigen Organisationen gibt es jetzt keine Werbebanner oder sowas. Also es ist völlig werbefrei, völlig kommerzfrei und als Akteure ist eben jeder Mensch darf mitwirken und soll natürlich auch mitwirken, soll sein Wissen einbringen. Wir möchten ja sehr stark auch einfach Wissen, eine Wissensplattform haben und alles, was gemeinnützig ist, darf sich und soll sich und es ist schön, wenn sie es tun, sich eben anmelden, damit man eben auch wieder diese Gemeinnützigkeit, die schon da ist, noch viel mehr stärkt. Bedeutet es zum Beispiel, ich habe einen gemeinnützigen Verein und ich veranstalte hier Kurse zu, was weiß ich, Yoga, Bates-Methode oder was weiß ich, irgendwas, oder singen oder was. Könnte ich das hineinschreiben oder kann ich das nicht? Doch, das kannst du hineinschreiben. Genau dafür ist es sozusagen da, dass Leute dann darauf stoßen, die das Interesse da auch haben. Also du kannst auch, also du musst nicht irgendwas selber machen. Du kannst auch, wenn du irgendeinen tollen Artikel in irgendeiner Zeitschrift in irgendeinem Internetportal liest, kannst du den natürlich auch reinposten. Da spricht nichts dagegen. Also man muss dann gucken, ob das urheberrechtlich sozusagen in Ordnung ist. Aber kann halt jeder erstmal das reinschreiben und reinbringen, was er möchte. Er kann irgendein YouTube-Video oder von einem anderen Videoportal ein Video einfach rein verlinken. Also das ist an der Stelle halt ähnlich, wie man es von den sozialen Netzwerken kennt. Wo es dann halt spannend wird, ist eben im Bereich Wissen und Aktion. Lass mich nochmal darauf zurückkommen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel Kurse anbiete oder ich sage jemand anders, meine Freundin macht einen Malkurs online oder sowas. Das ist natürlich, dass sie dafür Geld will und ich auch. Ist es dann Werbung oder nicht? Ich meine, es ist ja sowas für Selbstentwicklung. Und dass man das alles ganz gratis macht, so wie du ja auch nicht deine Lebenszeit total gratis für den gemeinnützigen Verein. Von irgendwas muss man ja leben. So die Frage, ist das dann Werbung oder ist das nicht Werbung? Also ich verstehe unter Werbung so, wenn du so, komm hin, letzte Gelegenheit, in zwei Tagen läuft es ab. Sowas ist für mich Werbung. Aber nicht unbedingt ein Hinweis, da und da läuft das und das. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil im Endeffekt, die Fälle haben wir natürlich auch. Und wenn jemand halt sozusagen das nicht gemeinnützig tut, aber natürlich damit auch nicht reich wird, wenn jetzt jemand eben Yoga-Kurse anbietet im Privat und sagt, Mensch, so als, wird ja oft gesagt, das Energieausgleich 10 Euro bitte. Da sage ich mal ganz ehrlich, das ist so eine Grauzone. Also wenn der das macht und einfach einen Artikel schreibt und sagt, guck mal, ich biete diese Kurse an und in seinem Artikel sagt er das und ich würde mich halt über einen Energieausgleich irgendwie freuen in Höhe von so und so. Solange da dann keiner meckert und sagt, melde den Beitrag, das ist kommerziell, weil der will da Geld verdienen, dann denke ich mal, es ist in Ordnung. Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Also er könnte definitiv kein Profil machen. Also er sagt jetzt hier, Yoga, Lydia Müller, als Organisation bietet sie das an. Das ginge nicht, weil da können wir wirklich nur Gemeinnützten zulassen. Als ein Beitrag, den man schreibt, würde ich mal sagen, ist es so lange okay, bis jemand sich vielleicht darüber beschweren könnte, dass dort eben zum Geldverdienen geht. Das Ganze liegt eben auch daran, wir sind ja als gemeinnützig alle erkannt. Und wenn bei uns das Finanzamt sagt, ihr fördert aber ja gar nicht gemeinnützige Dinge, sondern ihr fördert ja kommerzielle Themen und macht im Endeffekt sozusagen, bereitet denen eine Plattform, das kommerzielle ist, dann ist unsere Gemeinnützigkeit in Gefahr. Da müssen wir halt immer sehr stark drauf achten. Das ist halt schade bei den ganzen Leuten, die halt wirklich, ich sage mal, von der Hand in den Mund leben und einfach nur für ihr Auskommendes tun und nicht damit irgendwie Millionäre werden. Aber wo will man die Grenze ziehen? Das ist immer die Frage. Sage ich, 10.000 im Jahr ist okay oder 20 oder könnte sogar 30 im Jahr sein, 1.000, die man verdienen darf. Also das wäre ja immer willkürlich. Und von daher können wir nur sagen, wir müssen uns einfach darauf verlassen, dass man sagt, Gemeinnützigkeit ist anerkannt, dann ist es okay, als Organisation kann auch eine Ein-Mann-Geschichte sein. Dann ist es okay, darf man auf Young Connection ein Profil haben. Alles andere ist eben dieser private Bereich. Ich könnte jetzt auch als Hardy Grönefeld einen Beitrag schreiben und sagen, ich habe gerade die neueste Coca-Cola getrunken, schmeckt total super, probiert die mal. Dann ist es natürlich meine Meinung. Natürlich darf ich die äußern. Dann ist es in dem Sinne keine Werbung von Coca-Cola, sondern ich äußere da meine Meinung, ist das alles gut. Wenn ich jetzt sage, ich mache Musik und habe hier CDs und die kann jeder kaufen für 20 Euro, dann ist es kritisch. Weil dann verfolge ich ja kommerzielle Absichten mit. Ja, ja. Ich habe jetzt mehr nicht an Verkauf gedacht, sondern mehr als so persönliche Entwicklungsdinger, die man ja, die wenigsten Leute machen da ein großes Geschäft mit, würde ich sagen. Vielleicht nur die ganz Großen, aber die Kleineren ja nicht. Und das ist ja auch was für Human Connection. Viele gehen ja gerade darauf hin, Human Connections zu bilden, Gemeinsamkeit zu bilden, Community Building und sowas. Insofern ist es schwierig. Gehen wir mal zum anderen schwierigen Thema noch. Das von wegen, wenn dann also irgendjemand zwar seine Meinung postet, die aber doch ziemlich radikal ist, zum Beispiel, oder wenn dann so Hickhack passiert, wie ich das oft im Facebook so ein fürchterliches sich gegenseitig beschimpfen, du Arschloch, oder irgend sowas, was dann halt so kommt und noch Schlimmeres. Wie, ich finde das ganz ätzend, ja, und ich gehe dann deswegen gar nicht, also ich schreibe schon gar nicht mehr. Hin und wieder habe ich mal angefangen, meinen Senf dazugegeben, zu geben auf Facebook und dann kam dann dieser Schwall an und dann habe ich gedacht, nee, danke, ich spare die Zeit. Wie geht ihr damit um? Also grundsätzlich konstruieren wir das Netzwerk im Moment gerade so, dass ein erstmal freundlicher Umgang irgendwo gefördert wird von den Funktionen. Zum Beispiel haben wir eine Pro-Contra-Diskussion als Feature, also das ist in Planung, wird kommen, wo man einfach mal Themen eben in Pro-Contra diskutieren kann und nicht einfach jemand schreibt was und dann kommen 100 oder 200, 300 Kommentare und es ist völlig unübersichtlich, der eine beleidigt den nächsten und so weiter, sondern auf einer Pro-Contra-Diskussion wirklich zu sagen, wenn du das Pro siehst, dann schreib dein Pro-Argument da rein und wenn du ein Kontra-Argument hast, schreib dein Kontra-Argument rein. So füllt sich so eine Liste auf und Leute, die auf diese Diskussion stoßen, können sagen, das Argument finde ich gut, das sehe ich genau so, dem gebe ich sozusagen einen Pluspunkt, das ist halt sozusagen höher rutscht der Liste. Du kommst halt irgendwann auf so eine Pro-Contra-Diskussion, die vielleicht schon lange läuft, sehe ich halt auf einen ganz schnellen Blick, was sagen eigentlich die Befürworter und was sagen eigentlich die Gegner, was auch immer das ist. Das kann sein jetzt, ich sage jetzt mal halbwegs was unpolitisch oder neutrales, sind zoologische Gärten heute noch zeitgemäß oder sinnvoll mit Zoos und dann kann man ja sagen, auf der Pro-Seite steht dann sowas, naja gut, die Kinder lernen dann auch mal die Tiere kennen, die sie sonst gar nicht kennenlernen würden und die Kontra-Seite sagt, nein, das ist Tierquälerei, keine artgerechte Haltung in Zoos, aber man sieht halt dann relativ schnell, was sagen die einen, was sagen die anderen und es ist halt eine Übersichtlichkeit da und man hat vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeit, wenn man selber doch sehr immer auf der einen Seite gedanklich war, auf einen schnellen Blick zu erkennen, warum ist die Gegenseite denn dagegen oder dafür, je nachdem, wo ich gestanden habe und dadurch ist natürlich viel mehr so ein, ja ein Verständnis auch da vielleicht für eine andere Seite oder einfach eine Übersichtlichkeit. Das ist aber nur ein Punkt, ne? Ja, das ist super spannend, weil da musst du dich nicht so durchquellen, dass der sagt, ja vielleicht in einem Beitrag sagt einer ja ein bisschen vor und ein bisschen contra und ein bisschen hin und her und dann kommst du vielleicht durcheinander, da hast du alles ganz klar und kannst dir das angucken und dann kannst du vielleicht inspiriert dir das sogar und kannst du sagen, ah darüber habe ich ja noch nicht nachgedacht, ja? Genau das. Das ist klasse, eine tolle Idee, Mann. Dann gehen wir natürlich erstmal auch mit der Aussage nach draußen, wir sind ein friedliches und freundliches und konstruktives Netzwerk. Das ist natürlich so eine Aussendung von einer gewissen Energie, wo wir denken, okay dann hoffentlich kommt eben genau das auch zurück und wir haben natürlich auch einen sogenannten Verhaltenskodex. Das heißt, dort schreiben wir rein, der ist auch online, den kann man schon abrufen, dort schreiben wir eben rein, welches Verhalten erwarten wir, das ist sozusagen erstmal, wir erwarten von dir ein freundliches, ein respektvolles, ein friedliches Verhalten und dann steht aber auch ganz klar drin, welches Verhalten ist nicht akzeptabel. Da steht dann eben drin, Diskriminierung, rassistische Äußerungen, Beleidigungen und so weiter ist nicht akzeptabel und das heißt, jemand macht das eben trotzdem und schreibt irgendwas extrem Diskriminierendes in seinen Beitrag, ein anderer Nutzer sieht das, meldet das und dann entscheidet eine Community-Moderation, das ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber so wird es sein, darüber, ist es wirklich diskriminierend oder ist es eigentlich nicht diskriminierend, weil der kann das ja auch vielleicht einfach so melden oder das ist halt wirklich eine grenzwertige Sache und da ist ja immer die Frage, wer entscheidet darüber, ob das dann so oder so ist. Ist das ein kleines Team, was vielleicht gar keiner von außen kennt, was immer diese Entscheidung trifft und wir sagen halt, ist es doch schön, wenn man das so basisdemokratisch wie möglich macht. Das heißt, jeder Mensch, der sich bei Human Connection angemeldet hat, kann sich, also das ist alles noch Zukunftsmusik, kann sich dann auch als Moderator anmelden. Dann kriegt er so eine Moderationsschulung, also was ist wichtig zu wissen, wenn man halt Moderator im Netzwerk ist, wie funktioniert auch dieser technische Prozess, was muss ich eigentlich machen und das würde halt so ablaufen, wenn jemand diesen Beitrag meldet, aufgrund eben Verletzungen seiner Meinung nach von diesem Verhaltenskodex, wird per Zufallsgenerator an eine bestimmte Anzahl von Moderatoren dieser Beitrag gezeigt mit der Bitte, bewerte das mal, ist es wirklich diskriminierend, so wie es gemeldet wurde oder ist es deiner Sicht nicht diskriminierend und dann werden eben diese ganzen Moderatoren gefragt und dann entscheidet das Mehrheitsprinzip. Wenn die Mehrheit sagt, ja, ganz klar, diskriminierend, fliegt der Beitrag raus, wenn die Mehrheit sagt, nein, das ist völlig okay, ist im Rahmen des Verhaltenskodex, passt, bleibt der Beitrag drin und somit, ja, ist es nicht sozusagen in einer Hand von ganz wenigen, die vielleicht eine gewisse Ideologie verfolgen oder ein gewisses Mindset haben und immer auf dieser einen Schiene sind, sondern per Zufallsgenerator wird halt immer eine große, große Anzahl gefragt und einfach die Mehrheit entscheidet. Das muss nicht immer sozusagen dann die richtige oder was ist eine richtige Entscheidung, aber sozusagen, da kann ich dann unzufrieden mit sein, aber letztendlich ist es eine Mehrheitsentscheidung und das ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht vom Team immer besser, als wenn immer die gleiche kleine Gruppe irgendwas entscheidet. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie lange dauert es? In der Zwischenzeit kann dann vielleicht ein Beitrag schon drei Tage dringestanden haben, bis das Verfahren gelaufen ist oder gibt es da was, dass man es auf Halt stellt, auf in Moderation oder sowas? Ist noch nicht final entschieden, wie man es macht. Also wir haben da schon sehr viele Ideen auch, was sozusagen die Anzahl angeht, wie viele Moderatoren sozusagen auch geantwortet haben müssen, weil natürlich kann ich nicht erwarten, da kriegt jemand eine Meldung und nach fünf Minuten hat er eine Antwort geschickt. Der ist vielleicht gerade nicht angemeldet, ist in drei Tagen wieder drin, wie auch immer. Das heißt, wir versuchen das dann nachher über so Signifikanzen zu lösen, dass wenn zum Beispiel jetzt zwar, ich sage jetzt einfach mal, 500 Moderatoren angeschrieben sind und 100 haben geantwortet, aber die 100 haben alle gesagt, das ist diskriminierend, dann ist die Frage, muss ich eigentlich noch die letzten 400 fragen oder ist das schon so signifikant, dass ich sagen kann, okay, das reicht mir. Wenn jetzt 100 antworten und es ist 50-50, ist sicherlich klar, okay, da muss ich noch die weiteren Antworten abwarten, bis ich halt immer so eine gewisse Signifikanz habe oder halt eine ganz hohe Anzahl habe, wenn die jetzt 500 geantwortet hätten und es ist 51 zu 49, gut, dann ist es halt auch eine Entscheidung. Aber sozusagen, je knapper die aneinander liegen, desto mehr ist natürlich gut, dass man fragt, dass es halt so demokratisch wie möglich ist oder so mehrheitsorientiert wie möglich ist. Wenn halt schon eine ganz hohe Signifikanz da ist bei wenigen, kann das natürlich auch ein sehr deutliches Signal sein. und dass es halt ganz klar in diese eine Richtung geht. Im Zweifel gibt es natürlich auch dann bei uns immer noch mal Moderatoren, die drauf gucken können, auch wenn man zum Beispiel merkt, könnte man dann über bestimmte Filtermechanismen machen, dass ein Moderator vielleicht immer gegen die gängige Meinung stimmt und man fragt sich vielleicht, warum ist das so? Gerade wenn, ich sage mal, 99 Prozent sagen pro und 1 Prozent sagt contra oder einer, also rund 99 sagen so, einer sagt immer so und das ist in jedem Fall praktisch, dann wird man vielleicht vermuten, okay, was macht der wohl? Müssen wir mit dem mal in Kontakt treten? Warum der doch immer bei einer ganz, ganz hohen Signifikanz immer der anderen Meinung ist, in vielen Fällen. Also das ist natürlich auch kein perfektes System, aber unserer Meinung nach erst mal ein faires System, wo halt eine Transparenz auch da ist. Wir lassen einfach eine Mehrheit entscheiden und nicht in ein kleines Gruppchen entscheidet was. Ja, und es gibt nicht sowas wie eine Aufnahmeprüfung oder so. Für die, dass man Moderator wird. Zum Beispiel, aber auch, dass man da dabei ist. Nein, um Gottes Willen. Ja, 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 ja. Aber für Moderator wäre es vielleicht ganz gut, aber... Die kriegen eine Schulung halt. Die kriegen eine Schulung einfach, dass sie wissen, wie das Ganze funktioniert. Also eher funktionell und sozusagen nicht, ihr müsst so und so entscheiden, weil die sollen ja nach ihrem Stand der Dinge entscheiden, wie sie die Sachen sehen. Mhm. Genau. Okay, also ich bin ja der Meinung, dass ganz sicher mit jedem Neuen, was aufkommt, da sind immer ein paar dabei, die wollen querschießen. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass solche Bestimmungen existieren. Es gibt, es kostet eine Menge Energie damit, umzugehen. Und vielleicht ist das ja auch der Sinn und Zweck der Menschen, wenn sie da hineinschicken, anderen Leuten die Energie zu klauen. Aber, ja, okay. Ein wichtiges Thema, wir nennen das immer, möglichst eine hohe Koexistenz auf der Plattform zu ermöglichen. Das heißt, es können, also wir wollen ja gerne, dass jeder Mensch eigentlich dabei ist irgendwann. Das wäre sozusagen der Traum, das große Ziel. Natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt einen hat, der völlig entgegengesetzt von allem her ist wie ein anderer. Und da ist es ja gut, wenn die beide zwar auf der Plattform sind, aber nicht irgendwie miteinander konfrontiert werden. Sondern jeder soll das Recht haben, da zu sein. Aber wenn die immer nur aneinander knallen würden, hat eigentlich keiner was davon. und da gibt es eine schöne Funktionalität, die werden wir jetzt auch mit dem nächsten Release, was in ein paar wenigen Wochen jetzt kommt, haben, das nennt sich Blacklist. Das heißt, wenn ich einfach feststelle, da ist jemand, der schreibt Beiträge, das ist für mich eine Katastrophe, wenn ich das lese. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, fürchterliche Hetze, ist vielleicht noch nicht gegen den Verhaltenskodex, aber ganz nah dran. Und ich sage einfach, nee, ganz ehrlich, ich möchte das nicht sehen. Dann setze ich persönlich diesen User auf meine persönliche Blacklist und das heißt, in dem Moment, wo er auf meiner Blacklist steht, sehe ich gar nicht mehr, was der tut. Und damit habe ich natürlich schon mal ein Konfliktpotenzial einfach raus, weil ich muss mich nicht mehr drüber ärgern. Ich kriege nicht mehr diese negative Energie ständig ab, weil ich über diese Beiträge stolpere, sondern für mich ist der User weg. Und auch das ist halt ein wichtiges Thema, glaube ich, für dieses, dass man halt ein konstruktives Miteinander schafft, weil natürlich ist es eine Illusion zu sagen, wir wollen uns nachher alle lieb haben auf dem Netzwerk und jeder soll sich verstehen. Das geht einfach nicht, sondern Konflikte gehören natürlich zum Menschen mit dazu. Die Frage ist ja, wie gehe ich mit Konflikten um? Absolut. Und das konstruktiv nicht funktioniert. Vielleicht war ich auch mit dem im Dialog, habe probiert mit dem zu reden und so und immer sage ich, das geht einfach nicht. Wir kommen nicht irgendwie zueinander. Dann kann ich ihn auf meine Blacklist setzen und dann ist er halt weg. Und dann sage ich, ich sehe den halt nicht mehr, so wie ich im echten Leben auch nicht irgendwo hingehen würde, wo ich sagen würde, da sind immer Menschen, mit denen komme ich gar nicht klar. Dann gehe ich halt dort nicht mehr hin. Und so kann ich es dann auch genauso machen, dass ich sage, für mich ist der jetzt halt weg. Ansonsten gibt es halt, ganz kurz, wenn ich das mal erläutern darf, halt sehr spannende Funktionen eben, die erstmal natürlich immer probieren, ein Miteinander zu schaffen, einen Austausch zu schaffen. Zum Beispiel wird es eine Funktion geben, die heißt Let's Talk. Das heißt, ich sehe einen Beitrag, ich finde den vielleicht total spannend und will einfach mehr Informationen haben und schicke dem, der den Beitrag erstellt hat, sozusagen eine Einladung. Entweder zum Chat per Text oder zum Audio-Chat oder zum Video-Chat und dann kann der sagen, die nehme ich gerne an und dann gehen die in den Zweier-Chat und sprechen darüber. Kann natürlich auch sein, dass ich seinen Beitrag lese und sage, interessanter Beitrag, aber ich sehe da die und die Punkte völlig anders, das würde ich gerne mal mit dem diskutieren und gehe dann in diesen privaten Austausch, was ich ja heute auch im Endeffekt gar nicht so richtig machen kann. und was man zum Beispiel auch machen kann, ist ein Versus setzen, ist auch eine Funktion, das heißt, ich lese diesen Beitrag, sage, aha, so argumentiert der, ich argumentiere genau andersrum und hier sind meine Gegenargumente, die schreibe ich dann rein, schicke das ab und auch dann wird, ähnlich wie bei einer Moderation, wieder eine zufällige Anzahl von Nutzern gefragt, sag doch mal, welches Argument ist für dich das stichhaltige oder das richtige Argument, das aus dem Beitrag oder das aus diesem Versus, der sagt, ich sehe es genau anders aus dem und dem Grund und dann ergibt sich halt so, sicherlich nicht repräsentativ, aber ergibt sich mal so ein Meinungsbild, wo man dann sieht, wie denkt die Community, sagt die, der, der das Gegenargument gesetzt hat, genau, so ist es oder der, der den Beitrag geschrieben hat mit seinen Argumenten, das ist eigentlich so das, wie ich sehe, auch, dass man immer so ein bisschen in diese Selbstreflexion auch wieder reinkommt und sich überlegt, okay, jetzt habe ich das Gegenargument gesetzt, jetzt sehe ich 90 Prozent der anderen User, sehen es aber so, wie der Beitragsersteller es geschrieben hat und überlege nochmal, hm, muss ich doch nochmal mich vielleicht mehr damit vertiefen, ne, also es soll immer wieder angeregt werden, auch selbst zu hinterfragen, die Meinung, was mache ich da, wie verhalte ich mich auf dem Netzwerk und das meinte ich vorhin, wo ich sage, wir, von der ganzen Konstruktion ist es schon so, dass es halt ein friedliches, freundliches und konstruktives untereinander geben soll, ne, du hast gesagt, es gibt immer welche, die wollen reinschießen, querschießen, natürlich, die wird es immer geben, wir versuchen es halt so gut wie möglich, dass wir die dann nicht, nicht mehr an Bord haben oder wenn jeder, irgendjemand dann auf der Blacklist hat, dann kann der machen, was er will, wenn er bei allen anderen auf der Blacklist spielt, ne, dann sieht er es nur noch selber und sonst sieht es da keiner mehr, ne. Dazu noch eine andere Frage, habt ihr sowas wie die Pflicht, die wirklichen Namen anzugeben oder ist es erlaubt, dass Es ist erlaubt, anonym zu sein, das heißt, ich kann mich Donald Duck oder Mickey Mouse nennen und das ist auch gesetzlich so, also diese Klarnamenpflicht verstößt eigentlich gegen das Gesetz, also man muss das eigentlich, also das, was Facebook macht und die Leute auffordert, schickt mir jetzt euren Personalausweis, weil wir glauben euch euren Namen nicht, das ist also mindestens mal sehr, sehr grenzwertig und man hat eben durchaus das Recht, auch anonym auf solchen Plattformen dort aktiv zu sein und da sagen wir auch, natürlich darf man das dann eben auch, ne, ich muss da nicht meinen echten Namen angeben. Finde ich nicht so gut, finde ich nicht so gut, ich finde ich nicht so gut, weil das ist ja, das bereitet eigentlich den Platz für unkorrektes Verhalten, weil man ja nicht weiß, ob der möglicherweise dein Nachbar ist, der dich anschießt, ja? Das kann eben so sein, aber es ist eben auch genau der Schutz deiner eigenen Privatsphäre sozusagen, weil es kann ja auch sein, dass du durchaus nur sehr, sehr positive Beiträge machst, ich sage jetzt mal hochspirituelle Beiträge, aber denkst, oh Gott, wenn die Leute wissen, wer ich bin in meinem Arbeitgeberumfeld und weiß nicht was, dann schreibe ich das lieber nicht, da habe ich Angst davor, dass die dann denken, ich bin irgendwie ein Spinner oder so, weil ich jetzt was schreibe über Geistheilung oder was weiß ich was, aber ich möchte es trotzdem gerne kundtun, das Wissen, und dann ist es natürlich gut, wenn man nicht mit echten Namen versteht, sondern dass man sagt, ich möchte schon mein Wissen teilen, aber aufgrund von irgendwelchen Themen möchte ich nicht, dass jemand weiß, dass ich das bin. Es gibt ja viele, die, sage ich mal, wie so zwei Leben führen, auf der einen Seite so voll in ihrem, ich sage mal, Standardberufsleben, keine Ahnung, Bankangestellter, so alles total im normalen Establishment drin sozusagen, und auf der anderen Seite aber irgendwie eine ganz spirituelle Entwicklung gemacht und sagen, da Mensch, da möchte ich doch gerne meine Themen reinbringen, aber wenn ich jetzt wüsste, meine Kollegen sehen das mit meinem Namen, oh Gott, die würden mich ja total für den letzten Spinner halten. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz gut. Also natürlich ist das andere auch ein Thema, wenn ich anonym bin, kann ich vielleicht mehr irgendwo reinschießen und so und mache mir da nicht so viele Gedanken, aber wir glauben, dass das andere überwiegt und natürlich auch, dass über den Verhaltenskodex einfach, dass ganz klar ist, dass sowas nicht akzeptiert wird, so ein Verhalten. Und da setzen wir natürlich dann auch auf die Community-Moderation, dass da wirklich dann einfach eine Auslese stattfindet und Leute, wir sagen immer, die kein Human Connection wollen, sondern ein Human Disconnection verfolgen, eben das Gegenteil, Leute auseinanderbringen, teilen, spalten, dass die dann doch, ja, im Endeffekt rausfliegen. Wenn die Beiträge alle nicht mehr sichtbar sind, sind sie ja quasi raus oder im schlimmsten Falle kann natürlich auch ein User komplett geblockt werden, wenn er dann immer wieder dagegen verstößt. Und für mich hat das halt auch so ein bisschen was mit der Energie zu tun. Wenn wir das mit sehr viel positiver Energie füttern, dann ziehen wir auch sehr viele positive Leute an. und es gibt ja genügend Plattformen, wo die anderen sich dann austoben können. Das sollen sie dann von mir aus machen, aber unser Netzwerk ist eben für das Friedliche und Freundliche und Konstruktive miteinander gedacht. Und ich denke schon, dass sich das dann auch durchsetzen wird. Ja, super. Zeigst du uns ein bisschen was, wie das so aussieht und wie, wenn jemand daran interessiert ist, ihr seid ja noch nicht öffentlich, man muss noch Einladungen haben im Moment, nicht? Das stimmt. Also momentan sind wir in einer geschlossenen Alpha-Testversion. Da kann ich jetzt ganz kurz mal reingucken. Das ist allerdings noch, also das ist jetzt ganz kurz vor der Umstellung. So, ich teile mal gerade meinen Bildschirm. Siehst du das? Ja, ja, genau. Genau, ne? So sieht das praktisch aus, dass ich hier ganz, ganz viele Beiträge habe. Also das ist noch die geschlossene Testversion. Das sind jetzt alles irgendwelche User, die diese Beiträge schreiben. Ich bin jetzt nachgeladen. Also da gibt es mittlerweile über, ich glaube, 17.000, 18.000 Beiträge. Das wäre zum Beispiel ein kritisches Bild, würde ich sagen. Das müssen wir überprüfen. Und dort laden wir momentan alle Spender ein. Das heißt, wir sind ja zu 100% Spenden finanziert, weil wir machen ja keine Werbung, wir verkaufen auch keine Nutzerdaten. Das heißt, wir leben nur von Spenden. Leben können wir davon auch leider noch nicht, sondern wir brauchen dafür auch noch ein paar Spender mehr, dass es funktioniert. Und wir werden jetzt in ein paar Wochen, ich denke mal in zwei, drei, vier Wochen Maximum, diese Testversion noch einmal umschalten auf eine ganz neue Plattform, die jetzt seit ein Dreivierteljahr programmiert worden ist. Das ist eine völlig andere Datenbanktechnologie, die dann zum Einsatz kommt. Die macht uns einfach für die Zukunft das Leben viel, viel einfacher. Mal ganz kurz gesagt. Und deswegen haben wir uns damals dazu entschieden. Sieht aber nachher so ähnlich aus, aber wir werden, wenn wir es umschalten, zum Beispiel diese Blacklist-Funktionalität dann auch drin haben, was halt wichtig ist. Das gibt es jetzt hier noch nicht. Und im Endeffekt kann ich jetzt hier einfach Beiträge, die jetzt erstmal nur in dieser Kurzansicht sind, kann ich die halt anklicken. Und das ist zum Beispiel jetzt eins hier aus der Kategorie, vergnügliches Just for Fun. Was haben wir da? Wir haben sechs Katzen und drei Hunde, alle von ihren Straßen gerettet und so weiter. Gut, das würde ich jetzt gar nicht, vergnügliches Just for Fun, ist für mich sogar Tierschutz, aber gut, ist so eingeordnet. Und ich kann das Ganze jetzt A, bewerten, was macht es mit mir, von der Emotion her. Und da würde ich auch sagen, ja, das macht mich glücklich, wenn ich das lese. Und wenn ich sage, das ist ein Beitrag, den sollen auch andere Leute lesen, kann ich den über dieses Megafon, steht da ja auch, diesen Beitrag weiter ausrufen. Das ist also nicht unbedingt vergleichbar mit einem Like bei Facebook, den ich einfach immer zack, ja, ja, Like, 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 passt schon, jemand postet sein Mittagessen, dann mache ich ein Like dran. Sondern wo ich sage, das ist ein toller Beitrag, den sollen ruhig mehr Leute lesen. Weil das einfach interessant ist. Und dann kann ich das eben anklicken und dann geht der Zähler hier einen hoch. Und hier sehe ich eben dran, also 100 Prozent der Leute, die hier was bewertet haben, haben eben auf glücklich geklickt. Das können jetzt zwei sein, das kann einer sein, es können aber auch 2000 sein, die jetzt eben glücklich angeklickt haben, weil ich jetzt nur die prozentuale Verteilung sehe. Aber dann habe ich da schon mal ein gutes Feedback. Du sagst, der Zähler geht hoch. Das heißt, es wird nicht noch einmal geteilt. Es wird nicht noch einmal weiter gepostet, wie auf Facebook oder so. Genau, das ist eine reine Empfehlung, wo ich dann später zum Beispiel auch sortieren könnte, nach den Beiträgen, die am meisten empfohlen worden sind. Wenn ich jetzt nochmal in diese Zeitleiste zurückgehe, also Newsfeed ist es in dem Sinn eigentlich nicht, dann habe ich hier im Endeffekt alles chronologisch sortiert. und ich könnte es jetzt aber auch sortieren, das müssen wir wegschieben hier. Moment, hier ist der Filter, hier ganz oben ist das. Ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte eben die beliebtesten sehen. Und dann würde das jetzt mir sortieren, man sieht das hier jetzt schon, 73 Megafone oder hier 115 Megafone. Das wollen wir auch noch erweitern, weil das ist sozusagen jetzt für den gesamten Bereich, also alle Beiträge, die da sind, ist natürlich schön, wenn man das jetzt auch zeitlich irgendwie eingrenzen könnte, dass man sagt, ich will die beliebtesten der letzten Woche sehen oder die beliebtesten des letzten Monats oder so. Oder die beliebtesten in der Kategorie auch? Das kann ich sowieso machen, also da gutes Thema. Was ich auch jetzt schon machen kann, ist diese Filterfunktionalität. Das heißt, hier siehst du einmal Filter nach Themenkategorien. Ich habe jetzt eben alle aktiv, das heißt, ich sehe alle, egal ob aus Tierschutz oder Umwelt und Natur oder Konsum und Nachhaltigkeit. Und ich sehe auch alle Stimmung, auch nach Stimmung kann ich filtern. Das heißt, wenn ich jetzt wissen will, jetzt mal nur, nehmen wir mal Glück und Werte, das ist ja was Schönes und auch dann will ich nur die sehen, wo die Leute mehrheitlich gesagt haben, glücklich. So, das sind ja dann, denke ich mal, alles recht positive Beiträge. Und ich sehe dann hier Beiträge, genau, den habe ich auch gelesen, sogar den Artikel Stille ist viel wichtiger für dein Gehirn, als du denkst. Hier ein Beitrag über Daniela Ganser, historiker Friedensforscher. Genau, hier hat mal eine Unterstützerin von uns in der Dresdner Straßenbahn selbst Human Connection Werbung gemacht, was natürlich auch toll ist. Hier Straßenbahnkampagne in Dresden. hier ein Beitrag von uns selbst. Also, spannende Beiträge. Und so kann ich halt wirklich über diese Filter ganz genau definieren, was möchte ich eigentlich sehen. Das ist schon mal auch grundsätzlich ganz gut, dass ich da schon mal eine gute Auswahl habe. Und wenn du dir mal wirklich was Blödes reinziehen willst, dann klickst du auf den rechten Knopf. Ja, wenn du es auf der Diskussion hast oder so. Ja, ja, und dann sehe ich halt wirklich, okay, wo, oh, das ist jetzt, warte mal, ich muss mal gehen. So, nehmen wir das mal rein. Genau, und sehe jetzt hier, die sind jetzt alles noch recht neue Beiträge, deswegen haben die kaum Megafone, aber da gehen wir mal auf einen drauf. Da haben wir jetzt 100% gesagt verärgert. Okay. So, jetzt mache ich mal alle Filter wieder auf, weil was es auch noch eben gibt, und das finde ich sehr schön, und das ist auch sozusagen Teil Wissensnetzwerk, wenn ich jetzt irgendein Thema habe, nach dem ich mal suchen will. Ich weiß nicht, hast du gerade irgendwie ein Stichwort, was dir gerade einfällt? Kommunikation. Kommunikation? Mhm. Da habe ich jetzt Beiträge gefunden, wo irgendwo im Text es um Kommunikation geht. Das ist halt noch, also der sucht im Moment wirklich den Text durch. Mhm. Würde jetzt aber sozusagen Dinge finden, die irgendwie mit Kommunikation zusammenhängen. Also es geht nicht nach Text, nach Keywords, sondern es geht nach dem, was er selber findet im Text? Genau, das ist jetzt eine freie, freie Suche sozusagen des Textes, oder ich checke es nochmal, bin ich mir zu mir sehr sicher, weil hier haben wir das nicht in den, in den Keywords drin, das heißt, es steckt hier irgendwo im Text drin. Mhm. Aber theoretisch eine Keyword-Suche wäre auch möglich und vielleicht mit längeren Keywords, sodass man so wirklich dann speziell das kriegt, wie zum Beispiel Kommunikationstheorie oder so, dass man... Ja, das könnte man mal eingeben, ob man da auch was findet. Nee, da hat er leider nichts. Aber wenn wir zum Beispiel, ich nehme immer ganz gerne so Permakultur, da wird es dann auch irgendwie ein bisschen klarer, da gibt es zum Beispiel so Can-Dos, die mit Permakultur zu tun haben, hier irgendwie The Parent Tree Farm, da geht es wahrscheinlich auch um Permakultur, ein Hochbeet, selber bauen und füllen. Das wäre zum Beispiel jetzt hier so ein Can-Do, was ich vorhin gesagt hatte, also kein normaler Beitrag, ein Can-Do, das können wir mal exemplarisch mal öffnen, ist im Endeffekt so ähnlich wie ein Beitrag, wenn ich das jetzt lese und sage, Hochbeete bauen, ach ja, das ist doch spannend, ich würde mir auch gerne mal so ein Hochbeet bauen, ist auch noch ein Video mit dabei, dann kann ich jetzt hier draufklicken und sagen, Can-Do starten. Das ist halt sozusagen, ja, wie eine Absichtserklärung, ich möchte das machen. Das ist natürlich nicht, keiner kann das kontrollieren, aber ich habe das später dann auch in so einer Liste drin, wo ich sehe, was habe ich denn für Can-Dos sozusagen angenommen, was will ich denn eigentlich so alles machen und werde halt wieder daran erinnert und wenn ich es dann tatsächlich gemacht habe, sage ich dann halt Can-Do abschließen. Und die Can-Dos werden von normalen Nutzern gepostet. Genau, genau. Also alles an Beiträgen kommt von den Menschen, die einfach auf der Plattform sind. Auch wie in YouTube für alles mögliche Videos gibt es solche Sachen, ja, zum Beispiel, wie mache ich ein Plugin XY in meine Webseite oder sowas. Könnte man auch machen. Also der Hintergrund ist natürlich erstmal sozusagen irgendwie positive Dinge, die irgendwas einen positiven Impact haben für die Welt. Aber natürlich könnte man auch als Can-Do machen, wie baue ich mir ein Plugin in meine Webseite ein. Warum nicht? Also das ist absolut auch möglich. Und ich sehe dann halt, wie viele Leute haben das jetzt schon geschafft. Und der, der das Can-Do erstellt hat, sagt dann, ach schön, guck mal, ich konnte, ich meine, das ist jetzt in dem Fall natürlich wenig, weil es ist natürlich jetzt auch noch nicht ganz viel Verkehr auf der Plattform. aber, dass der sieht, ach zwei Leute konnte ich jetzt mit dieser Idee inspirieren. Also für mich sind das immer so ein bisschen auch Inspirationen. Was kann man denn so tun? Und dann würde ich zum Beispiel auch eben, wenn ich jetzt irgendwas lese über, ich sage jetzt mal, dass die Äcker immer ausgelaugter werden und so und die Böden immer schlimmer von der Qualität und man sagt, Mensch, was kann ich denn machen? Und dann sehe ich zum Beispiel auf meinen, wenn ich diesen Action-Button drücke, würde ich vielleicht auf die Scan-Do kommen und sage, ich kann mir selber mein Gemüse, meine was auch immer anbauen und da habe ich zum Beispiel jetzt eine Anleitung, wie ich mir ein Hochbeet selber bauen und füllen kann. Das ist genau, wäre so ein Fall. Genau, mach doch das auch mal mit dem Action-Button. Das ist noch nicht wirklich von der Logik her sehr stark implementiert. Das heißt, ich kann den hier zwar drücken, diesen Aktiv-Werden-Button, da werden jetzt aber dann Themen kommen, die jetzt noch nicht unbedingt was damit zu tun haben. Ah, okay. Also Organisationen sind so gut wie noch gar nicht drauf. Deswegen findet er jetzt hier nur eine Bienenfreunde Organisation. Das ist natürlich nur sehr mittelbar miteinander verwandt. Aber ich hätte hier zum Beispiel auch noch mal Permakultur, Hochbeet. Das andere sind jetzt halt Dinge, die jetzt nicht zwingend damit zu tun haben und alles, was hier drunter kommt, Projekte, Tätigkeiten, Ereignisse, auch eine Karte, das kommt alles noch. Deswegen ist das so hellgrau. Das ist alles noch gar nicht implementiert. Wann wird das sein ungefähr? Das ist immer die gute Frage. Das hängt halt von vielen Faktoren ab, insbesondere eben auch leider vom Geld. Wie, wie, also wir haben jetzt momentan vier Entwickler, die halt an der Plattform mitentwickeln, nicht alle Vollzeit. Und natürlich hätten wir gerne zehn Entwickler, dass es halt alles viel, viel schneller geht, dass die alle viel, viel schneller vorankommen, weil es gibt halt so viele Funktionen, die angedacht sind pro Kontradiskussion, was ich vorhin genannt habe. Das gibt es halt noch nicht. Aber das wäre halt aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir das so schnell wie möglich haben. Und da sind wir natürlich eben auch auf die finanziellen Mittel einfach angewiesen. Ja, das wäre also ein Aufruf, liebe Leute, spendet das. Genau, da auch ganz kurz vielleicht der Hinweis auf unsere Präsentationsseite. Ich schiebe das mal unten, also human-connection.org. Da wird das ganze Netzwerk nochmal erklärt mit allen Themen, wie das alles funktionieren soll, was alles dabei ist. Wir haben hier einen großen Bereich Neuigkeiten, wo einfach Beiträge sind zum Netzwerk natürlich auch. Wir sind jetzt auf Telegram. Wann erfolgt diese Ablösung? Was ist das mit der Blacklist auf sich? Leute, die uns erwähnt haben. Hier einer unserer neuesten Entwickler, der Matthew Ryder. Dadurch sind wir jetzt auch international. Ein Amerikaner, der jetzt bei uns mitmacht. Ein kleiner Bericht von einem Entwicklertreffen, als sie sich dort getroffen haben in Berlin oder Potsdam. Und dann gibt es halt den wichtigen Punkt, eben Spenden. Da gibt es entweder monatliche Spende oder einmalige Spende. Die monatliche Spende ist für uns immer die schönere, weil es natürlich mehr Stabilität gibt. Wenn jetzt jemand sagt, ich spende jeden Monat 5 Euro, kann man damit rechnen. Er kann das natürlich jederzeit auch abbrechen. Aber in der Regel, wenn das einer macht, ich sage mal, 90 Prozent bleiben natürlich auch dabei. Und dann kann man hier über so ein Formular eben festlegen, was möchte ich denn spenden? Trägt seine Daten ein, kann das Ganze über eine normale Lastschrift, über PayPal, über Kreditkarte machen, wie man das halt gerne möchte. Und dann unterstützt man uns damit natürlich riesig. Auch mit der einmaligen Spende, dann haben wir einen Punkt mitmachen. Das heißt, was kann ich tun, wenn ich irgendwie mitmachen will. Dieser Inners with Trust ist zum Beispiel jetzt für Entwickler, die sagen, ich kann auch in dem Fall jetzt eben JavaScript entwickeln und kann sicherlich ein bisschen Zeit denen schenken, was auch natürlich toll ist, um Feature zu testen, um vielleicht eigene Feature mithelfen zu programmieren. Also sind hier alle Informationen drauf für die Leute, die halt mitentwickeln wollen unter diesem Punkt Inners with Trust. oder auch für andere Leute, die sagen, ich möchte gerne irgendwie mitgestalten, mithelfen. Gibt es hier ganz viele Möglichkeiten, was man alles tun kann. Dann Veranstaltungen. Das ist auch spannend, weil wir auch gerne in einen Dialog treten mit der Community, mit den Interessenten, wo wir dann eben sagen, wir haben dieses Meet the Team. Das ist ein monatliches Treffen, wo man das Team einfach trifft, also online. Genau wie wir jetzt hier im Zoom sind, machen wir das auch über Zoom, wo jeder dann reinkommen kann, Kamera aus, Kamera an, man braucht auch nichts sagen, kann die ganze Zeit Mikro aus haben, nur zuhören, aber man kann uns halt alle Fragen stellen, die irgendwie auftreten. Und für die Entwickler gibt es dann nochmal dieses Developers Community Meeting. Jede Woche findet das statt, wo die Entwickler sich alle treffen, eben auch die ganzen Freiwilligen, die dort mitmachen. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, uns eben auch teilweise offline, also im echten Leben zu treffen, live und in Farbe, wo wir dann bei irgendwelchen Veranstaltungen sind, zum Beispiel jetzt hier im Dezember, bei der Für den Frieden Konferenz, wo wir Kooperationspartner sind, dass halt auch Leute sagen, Mensch, da gehe ich ja auch in, ach schön, dann kann ich dort mal Leute von dem Connection auf dem echten Leben treffen. Sehr schön. Genau, dann vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt, weil das ist auch ein spannendes Thema, die Uhr des Wandels, das war eigentlich die Grundidee noch vor dem eigentlichen Netzwerk. Man sieht das schon ganz schön in dieser Grafik, die sich hier gerade aufbaut. Es geht im Endeffekt zu zeigen, dass wir Menschen doch alle auf diesem einen Planeten leben und doch alle das wollen, was hier drin steht, in diesem Satz. Ich glaube daran, dass Veränderung in jedem Einzelnen beginnt und dass, wenn genügend Menschen sich ändern, die Welt sich verändern wird. Ich möchte mit meinen Mitmenschen eine Brücke zu einer nachhaltigen Zukunft für die Kinder der Welt bauen. Und wer diesen Satz sozusagen auch für sich sagen kann und möchte, kann dann hier draufdrücken, sei dabei und dann gerne auch ein Bild hochladen und dann taucht er hier eben in dieser Liste auf und da sind halt ganz, ganz viele Menschen, die das eben sagen. Die können auch noch einen schönen Spruch dazu machen. Hier ist einfach mal einen angeklickt, in der Achtsamkeit gehe ich der Schlüssel, gehe achtsam mit dir und deinen Mitmenschen um, schenke deine volle Achtsamkeit deiner Umwelt, du wirst erkennen, was nötig ist und in der Lage sein, die richtigen Schritte zu tun. Toller Satz. Also kann man noch so ein kleines Statement machen und der Grundgedanke ist im Endeffekt, dass man sagt, man hat diesen gesamten Zähler, da sind jetzt 3.967 Leute, haben sich dort sozusagen schon gezeigt und gesagt, das möchte ich auch, also sagen wir mal ganz kurz, ich möchte eine friedliche Welt für uns und unsere Kinder, aber wir wollen das Ganze auch machen, dass sozusagen die einzelnen Länderflaggen einzelne Zähler haben, dass man später sieht, es gibt Leute im Iran, in den USA, in Russland, in Südafrika, in China, die wollen das auch alle und diese ganzen einzelnen Länderzahlen laufen in diesen großen Gesamtzähler rein und dieses, wir sind anerkannt bei der Gemeinnützigkeit eben aufgrund der Völkerverständigung und das ist für uns halt ein ganz, ganz großes Tool eben der Völkerverständigung, dass egal in welchem Land man lebt, wir sind halt alle auf diesem Planeten und im Endeffekt möchte doch jeder diese nachhaltige Zukunft, eine friedliche Welt und das soll das halt einfach sehr stark symbolisieren, dass das Ganze, ja, völlig über Ländergrenzen hinweg, hat nichts mit Nationalität zu tun, sondern egal wo jemand lebt, das möchten halt ganz, ganz, ganz viele und je mehr da mitmachen, desto schöner und da kommt die nächste Frage, die verstehen, die wenigsten Leute auf der Welt verstehen Deutsch, wie kann das dann funktionieren, über Englisch oder welche Ideen habt ihr da? Hier oben ist schon mal die englische Flagge drin, die kann ich jetzt anklicken, da ist jetzt die Uhr des Wandels nicht mit drin, aber ansonsten die Website, das heißt, die Website, so gibt es auch im Englischen, nicht so 100% gepflegt wie im Deutschen, weil wir erstmal gucken, dass wir jetzt im Deutschsprachraum das Ganze auf die Beine stellen und hinbekommen. Später sollen hier natürlich dann auch noch Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, alle Sprachen irgendwo eine Rolle spielen. Das ist jetzt natürlich noch Zukunftsmusik, aber das Ganze soll natürlich so vielsprachig wie möglich sein, also nicht nur irgendwie hier die Uhr des Wandels oder die Präsentationsseite oder was auch immer, sondern natürlich auch das Netzwerk selbst. Das Netzwerk selbst, die Unconnection, soll natürlich auch nicht an irgendwelchen Ländergrenzen halt machen, sondern soll im Endeffekt auch die ganze Welt umspannen und da sollen alle Menschen mitmachen und das mitgestalten. Das ist unser großer Wunsch und das große Ziel. Tja, und dafür Spendenaufruf, denn wenn man die ganze Webseite immer in alle möglichen Sprachen übersetzen muss, ich weiß, wie lange das dauert und wie viel Zeit man braucht und das macht keiner auf die Dauer gratis. Also das mal so, wie gesagt, als so ein bisschen Einblick, also jeder, der das Interview sieht, gerne einfach mal auf diese Seite drauf gehen und mal durchklicken. Wir haben auch ganz, ganz viele Videos, die findet man dann hier bei uns, Moment, wo ist es? Ich finde es gerade nicht, aber auch im YouTube-Kanal, wo man die findet. Also es gibt ganz, ganz viele Informationen dazu und wenn halt Fragen sind, gerne in diese Veranstaltung kommen, in das Mietze-Team reinkommen, wo man uns dann auch treffen kann, Fragen stellen kann und da, ja, denke ich mal, jeder seine Antworten. Schön. Und diese Veranstaltung, die findet man dann auf der Webseite, ja? Genau, da ist auch der Link, wo man dann zu der Zeit eben draufklickt und dann ist man genau, wie wir jetzt hier in dem Video. Und hättet ihr sowas wie ein Newsletter für die Leute, die jetzt schon eingeschrieben sind und die dann dran erinnert werden? ja, okay. Newsletter gibt es auch, ist direkt auch auf der Startseite, sozusagen, wenn man da runterscrollt, kommt man zu dem Button Newsletter-Anmeldung, kann man sich für unser Newsletter anmelden, dann ist man natürlich auch immer gut versorgt. Und das ist unabhängig von der Spende oder ist das unabhängig? Ja, ja, ja. Newsletter ist völlig unabhängig von der Spende. Also letztendlich, vielleicht das ist auch ganz wichtig, dass wenn wir irgendwann diese öffentliche Version haben, da, die ist auch dann unabhängig von der Spende. Also dann soll sich jeder anmelden können. Wir sagen halt, jeder Mensch soll bei Young Connection mitmachen. Auch die, die halt praktisch kein Geld oder ganz wenig Geld haben oder vielleicht kein Konto haben, gar kein Geld, die zahlen können, jeder Mensch noch mitmachen können. Und jeder, der sagt, das ist eine tolle Idee und ich kann 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro im Monat, was auch immer, in Bären, weil ich diese Idee gut finde und gerne eben möchte, dass jeder Mensch mitmachen kann, dann freuen wir uns halt, halt wenn diese Leute sagen, ich mache das und ich gebe meine 10 Euro im Monat, um das zu ermöglichen, dass dieses Netzwerk existieren kann, sich weiterentwickeln kann und das eben auch Leute mitmachen können, die eben kein Geld haben. Diese, im Moment, diese geschlossene Version, du hast ja auch gerade gesehen, die ist halt noch sehr rudimentär und da sind auch noch Bugs zum Teil drin. Und es wäre jetzt schade und blöd, wenn Leute draufkommen, die nichts von Young Connection gehört haben, sich da anmelden und die denken, was ist das denn? Und dann gibt es halt sehr schnell natürlich auch negative Publicity, sodass wir gesagt haben, es macht eigentlich Sinn, schon Leute auf diese Testversion zu lassen, aber die sollten sich natürlich mit Young Connection beschäftigt haben. Und da sagen wir einfach, wenn jemand uns was spendet, hat er sich damit beschäftigt, weil sonst würde er uns kein Geld geben. Er weiß, was die Young Connection ist, wo wir hinwollen, dass es eine Testversion ist und dann laden wir diese Spenden halt auf diese Testversion ein. Wenn wir eben diesen Schritt weiter sind und noch ein bisschen das Ganze, also in ein paar Wochen halt so haben, dass man sagt, es gibt eine Blacklist, es sind hoffentlich gar keine Bugs mehr drin, dann macht es Sinn, eben das der Öffentlichkeit zu geben und zu sagen, jeder Mensch kann sich jetzt einfach anmelden, völlig unabhängig, ob er was gespendet hat, ob er zukünftig spendet, sondern ganz normal, du kannst dich anmelden, kannst dabei sein und natürlich wird diese Spendenabhängigkeit immer da sein und wir hoffen halt einfach drauf und glauben auch daran, dass es eben Menschen gibt, die sagen, ich finde es gut, ich will das fördern und deswegen gibt es da meine Spende und wenn da eben genug Menschen das tun, dann trägt sich das Ganze und dann finde ich es halt ein wunderschönes Konzept, dass derjenige sagt, ich kann da kein Geld für zahlen, ich habe einfach das Geld nicht, der kann mitmachen, derjenige, der sagt, ich verdiene 20.000 Euro im Monat, ich kann auch locker 100 Euro da spenden, der Spender hat 100 Euro und so kann das Ganze sehr schön funktionieren. Also ich bin ja durch Zufall darauf aufmerksam geworden und ich fand gleich von Anfang an die Idee sehr gut und ich hoffe, ich kann ein bisschen damit beitragen, dass ein paar mehr Leute darüber wissen und ein paar mehr Spender auftreten. Ich habe eine kleine Rente, aber 5 Euro gebe ich euch trotzdem, weil ich finde es einfach wichtig, eine wichtige Sache in der heutigen Zeit, mit einem größeren Bewusstsein etwas Positives zu machen und nicht so blauäugig, sondern auch das Wissen dahinter zu haben und dann die Ideen, die ihr habt, dann mit dem Pro und Contra und Knowledge Base und sowas, das finde ich einfach klasse. Das findest du auf Facebook nicht. Und insofern macht es Sinn, dafür auch ein bisschen Geld auszugeben. Dankeschön, ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, okay, dann danke ich dir und ich wünsche dir und der Plattform das Beste und ich hoffe, es kommt, es ist natürlich am Anfang, wird es ein bisschen dauern, aber das ist irgendwann wirklich ganz international und ganz funktionell super. Ja, das hofft mir auch. Ja, vielen Dank, liebe Heidi, dass du uns die Zeit geschenkt hast und es war ein ganz tolles Gespräch. Ja, danke auch. human-connection.org Genau. Genau, das ist die Zeit. Dann können sie schon mal gucken. Okay. Sehr schön. Danke dir. Danke, tschüss. 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 Vielen Dank.